Meine Herren, Adlertag. Die totale Vernichtung der Royal Air Force auf dem Boden. Nullzeit für den Start, 7.15 Uhr. Unsere heutigen Ziele in Südengland sind folgende Fliegerhorsten. Manston, Beginn, Kenley. Dover, Raukinsch. Es ist unsere Aufgabe, die RAF auf dem Boden zu vernichten. Da bleibt ja wenig für uns übrig. Keine Sorge, meine Herren. Alles werden unsere Blechkutscher nicht zerstören können. Es werden schon noch einige Speedfighter übrig bleiben. Sogar für Sie, Bruno. Also, erschafft eine Maximalhöhe anfliegen und davon guten Gebrauch machen. Und versucht bitte nicht im Granal zu landen. Sondern Augen auf und auf die Benzinuhr achten. Die haben höchstens 30 Minuten Kampfzeit drüben. Also los, Jungs. Sondern Einflussch. Sondern Einflussch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Morgen. Bearing 186. 30 miles. 20 plus. Height 6000. Yes, Stanmore, I confirm. No IFF. Postile 29, now 30 plus. Yes, Stanmore, I confirm. Recheck IFF, please, Fentmar. Sorry to call you in, sir, but something's building. 20 plus. 20 plus. Hostile. Convoys. None due through until tonight, sir. Hostile 3-1. Need some more blue markers, please, Sarge. Better bring more squadrons to stand by. Right, sir. Get me big in the hill. Reconfirm. Hostile 2-3. Hostile 2-3. 1-8-0. Getting interference again, sir. Not now, Corporal, not now. That's better. Five miles. I'm afraid the raid is entering my ground race, Stanmore. Stukas. Das war's. Get them up. Forty-three squadron, then, sir. Hostile 2-1. That was Stanmore, sir. Ventnor radar out of action. Who's covering Dover? Fifty-four squadron, sir. Six squadrons airborne, sir. Too slow. Some of them took six and seven minutes. They'll have to do it in two. 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 Two.